Wir befinden uns heute im offiziellen Road to Pyeongchang-Bus, wo wir unsere Runde zu unseren Top-Team-Athleten fahren, um die einzusammeln und auf den Weg in Richtung Korea mitzunehmen. Sieben Athleten fahren wir in die nächsten zwei Tage ein. Schon komplett der Bus? Nein, wir wollen aber auch den anderen Athleten noch die Chance geben, in den Bus noch einzusteigen. Jeder hat noch die Chance, sich zu qualifizieren, die anderen Disziplinen zu vertreten, damit wir dann mit einer richtig großen und starken Mannschaft in Korea auftreten können. Hey! Super! Noch mehr kurz als zweiter Tage, und dann ist mein Jan, und deswegen willkommen im Top-Team von Snowboard Chef! Super! Gratulation! Du bist die Erste wieder heute zu! Und weißt du, wie lang es noch ist bis zur Öffnungszeit? 107 Tage! Also wir gratulieren dir, wünschen dir toll, toll, toll! Bleib zu, mach alles gut, gute Vorbereitung, und verleicht dich auf unser Team! Und verleicht dich auf unser Team! Hey! Wir begrüßen dich als Top-Team auf dem Weg nach Korea! 207 Tage! Ja! Vielen Dank! Auf jeden Fall! Freut mich! Für die Vorbereitung und alles Gute! Ist jetzt ja so der Anlauf zur dritten Olympischen Spiele, da ist man dann schon ein bisschen, man weiß, was auch hinzukommt, aber klar ist immer was Besonderes! Das ist schön! Sehr schön! Ja! Hey! Danke schön! Das ist gut! War gut doch! Ich habe noch eine kleine Aufmerksamkeit, was du eh schon kennst, von meinem Team! Danke schön! Kilchi! Du bist das eh schon auf dem Flieger wahrscheinlich! Mhhh! Du kannst dich jetzt lieben lernen! Du hast noch 206 Tage Zeit! Untertitelung des ZDF im Auftrag des ZDF Einfach nicht verrückt machen würde ich sagen! Ich glaube, jetzt kommt man ganz alleine da. Hey Stefan, Stefan! Wir begrüßen dich! Geht's? Genau. Alles Gute? Danke. Du hast kurz zum Essen eine Weile mitgebracht. Danke. Findest du das? Ja, habe ich schon vergessen. Wird ich eigentlich nicht mehr wissen. Ist das jetzt der siebte im Bunde? Der Höhepunkt. Genau. Das Finale. Ja, sieben. Und vielleicht kommen noch auf den Weg bis dahin. Die nächsten 206 Tage noch ein paar dazu. Ja, das glaube ich schon. Motivation, wenn wir das einmal anbieten. So, dass wenn es dann schnell weniger werden. Irgendwann weniger. Das ist sehr abstrakt. Ja. Ja. Ja.